das auch im Bereich Materialien bleibt, nämlich Chemie und Technologie der Materialien. Und wir machen jetzt noch einen Schritt weiter hinaus in die Welt. Wir bleiben nämlich nicht nur an der TU Wien, sondern das Chemie und Technologie der Materialienstudium ist ein gemeinsames Studium mit der Universität Wien. Und die Kollegin Männer, die also von der Uni Wien gekommen ist, wird uns jetzt ihre Präsentation vorstellen. Ich muss nur schauen, dass ich die noch finde. Du hast mich geschickt, oder? Ich bin ja schon sehr zeitig hier gewesen. Das ist der Kollege Bismarck von der Uni Wien. Also die Kollegin Männer hat sich hier Verstärkung mitgebracht. Einmal von der Uni Wien und einmal von der TU Wien. Das ist die Kollegin Achutulaki. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Ja, wunderbar. Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften und Kollege von der Uni Wien. Und ich darf euch aber bitten, das Mikrofon zu benutzen, weil wir nehmen das auf und sonst hört man nichts. Ich muss das Mikrofon benutzen, das ist neu. Ja, bitte. Also wartet. Angelika wird es halten. Ja, aber du kannst das Mikrofon verwenden, weil du wüsst. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Yeah.